dass ich diese produkte aus testen ist eigentlich überhaupt kein wunder ich kenne die schenya aka inkipedia schon unwahrscheinlich lange irgendwann durch magia bin ich auf sie gekommen weil sie halt man das lexikon ist sozusagen im kosmetikbereich ich beziehe mich oft auf sie ich weiß dass sie viele sachen durch denkt und bei ihrer eigenen kosmetik marke war ich halt unwahrscheinlich gespannt was ich von den einzelnen produkten halte erzähle ich dir nach dem intro hallo ich bin coco vom kanal die kleine coco und wir sprechen heute über kosmetikprodukte da war es mir klar dass sich die testen diese kosmetikprodukte sind von diesen jungen damen her das ist die schenya aka inkipedia eke er sie sagt selber in cpn ja für mich klingt das schöner wenn ich inkipedia sage ich hoffe es ist okay und wir sprechen tatsächlich heute über ihre produkte die ich mir im set gekauft haben wenn du diese produkte im set kaufst zahlst du 76 euro klingt jetzt im ersten moment wirklich viel aber es lohnt sich ich habe die schenya als jemanden kennengelernt der dinge ihm unwahrscheinlich stark durchdenkt und wie ich sie ganz am anfang wahrgenommen habe wo ich meine hautpflege noch gar nicht umgestellt habe dies aber übervorsichtig wieso trägt diese viel sonnenschutz auf warum trägt die sonnenschutz auf das ist noch nicht gut vitamin d alles was ich an diverse zuschauer auf meinem kanal inzwischen auch erkläre das hat sie damals zum einen mir erklärt aber auch ihre zuschauerschaft macht sie immer noch wie wichtig eben sonnenschutz ist und sie hat ihre eigene marke und mir war es halt wirklich ein anliegen die sachen zu testen schon als die creme damals rausgekommen ist das glaube ich das älteste produkt jetzt wusste ich also die muss ich testen die muss ich unbedingt testen und ja heute sitze ich daran darf ein video für euch machen das heißt darauf ich habe die produkte selber gekauft haben wir mit der creme an ihr guckt in die infobox die schenya hat wunderbare erklärungen zu ihren produkten wird es richtig richtig gut gemacht auch ist der blog von ihr unwahrscheinlich gut also da erfährt man was der emotion ist wie die emotion warum welche inhaltsstoffe drin sind also diese erklärung das kann sie viel besser erklären hat sich also ich werde es ein bisschen mehr über meine erfahrung sprechen was ich aber tun werde es euch mal die inhaltsstoffe einblenden und den preis das ist ein bisschen höherpreisiger ja aber das hat auch so ein bisschen damit zu tun je mehr ein produkt produziert wird und je mehr dieses produkt verkauft wird desto günstiger wird ein produkt also es ist eine relativ kleine marke und anhand der inhaltsstoffe sind die preise wirklich in ordnung also richtig großartig und darf ich was zu dem spender sagen der spender ist einfach super das ist der erste spender wo halt wirklich nicht übermäßig viel produkt rauskommt du brauchst auch nicht übermäßig viel produkt hier sind ceramide drin ceramide mp das kennt man inzwischen das kommt in vielen produkten vor und ich trage das meistens hier in dem bereich auf und da funktioniert die auch gut und ich kann sonnengräben drüber tragen also sie ist leicht zieht ein aber du hast halt auch auf der haut nicht so ein fettfilm oder so das ist richtig gut und jeder der meine mensch wie mir ich habe doch eine mischaut die in richtung fertig geht hier ist es zwar trocken aber ich kann ihn genauso auf der nase und überall im gesicht auftragen ohne probleme zu haben tags hat nun gerne in dem bereich ja auch weil der halt bei mir immer schuppig und trocken aus und dann passt das ganz gut sie hatten vitamin c verwendet was was bringt und das dachte ich mir schon bei der inkipäde weil sie durchdenkt also sie macht nicht ein produkt irgendwie damit der profit extrem hoch ist nein so lassen hat schon inhaltsstoffe drin die was taugen niacinamid ist auch enthalten sie kommt nicht ganz an meine kolibri creme an da kommt sie nicht ganz ran finde ich aber sie ist sondern sie ist wirklich in der nähe und dieser spendern ist einfach großartig ich hätte halt nur gern noch irgendwie ein spender wo man durchschauen kann muss ich sagen damit man einfach sieht wann das produkt leer ist aber das ok und von der größe her ist es halt einfach die größe das kannst du aufbrauchen es ist ein großes problem wenn produkte sechs monate haltbar sind und du ein riesen ding hasch und hat wirklich dich damit beschäftigen muss hast du das produkt leer bekommst sie will halt wirklich und das merkt man schon an der produktgröße dass du was von dem produkt hast dass du nicht übermäßig viel aufträgt auf einmal sondern so wie das deine haut braucht und das merkt man wie gesagt auch schon am spender da kommt nicht allzu viel raus und die konsistenz ist super leicht die zieht ein pflegt wunderbar ihr erfahrt ihr ganz auch wenn die infobox rein guckt was eine emulsion ist eben und was das für eine emulsion ist die pflegt super und die creme ist für jeden gut für absolut jenen der sich für milde kosmetik interessiert das eben aus dem punkt der so ein bisschen unserer heutigen zeit immer noch untergeht warum sind duftstoffe in produkte was erreichen die duftstoffe in unseren produkten dann ist das produkt natürlich vegan es ist großartig also ich würde es mir definitiv nochmals kaufen und ich bin ganz froh dass ich eben in etwas höheren preis von 76 euro für alle drei produkte ausgegeben habe hat sie richtig richtig toll gemacht machen wir werte mit dem gesichtswasser und ja gesichtswasser ist ein schritt was braucht man nicht nur unbedingt sie hat die ganze sache und wahrscheinlich gut durchdacht sprühkopf drauf von ihr habe ich nämlich auch den tipp sein produkt also wenn man einen toner hat nicht in irgendeinen pad reinzuschütten ich habe diese stoffpads und die saugen ganz schön viel produkt sondern das wirklich in die hand reinzuschütten und aufs gesicht zu packen und das kannst du natürlich nur mit tonern machen die eben auch inhaltsstoffe haben auch hier werde ich dir die inhaltsstoffe in dem kreis einblenden und die erfahrung die ich mit dem produkt gemacht habe vor allem seit ich solche inhaltsstoffe eben verwende und das ist eben schon eine ganze weile ich habe keinen gestresst der haut mehr also der stress macht sich in meiner haut überhaupt nicht mehr sichtbar also ich habe keine juckende haut mehr keine gereizte haut mehr nichts mehr aber es ist trotzdem toll so ein produkt mit ectoin mit panthenol mit grüntee extrakt vom gesicht aufzutragen ist eine tolle sache vor allem auch für die pflege für die creme die du danach auf kriegst du wirst merken das geht viel besser in die haut rein will ich will das noch mal kaufen auf jeden fall also ich werde auf jeden fall dann noch mal nach bestellen kann vielleicht ein bisschen dauern aber mal um die produkte kennengelernt zu haben tolle sache richtig tolle sache und die flasche werde ich definitiv behalten und da eben danach mein gesichtswasser reinpackt mal der sprühkopf ist eben auch super gut also du hast ja richtig schön feinen nebel es gehört eben auch dazu kann ich also echt empfehlen guckt euch das produkt gerne machen wir mit dem reinigungsgelee weiter und hat sich das produkt gekauft habe ich muss mich noch mal wiederholen dachte ich also so viel produkt ob du das aufbrauch schwierig halb leer verdammt nochmal aber bei sowas wirklich nicht sparsam sein sie hat zwar bei der zusammenstellung dieses produkts darauf geachtet dass es eben nicht so schnell ranzig wird zumal hier eben auch ein emulgator drin ist also man kann es ohne weiteres wieder vom gesicht runter waschen du machst die ganze geschichte in den händen kurz warm und dann kriegst du es in kreisenden bewegen bewegungen auf der trockenen haut auf das ist wichtig gerade bei öl cleansern ist das eben eine wichtige angelegenheit und dann wäschst du es mit wasser runter und du hast das gefühl heute morgen habe ich alle drei produkte hintereinander mal so lange wieder verwendet baby arsch und jetzt baby arsch ohne satz also das mag ich ich gerne weil es halt vor allem auch so schnell geht und dieses produkt hat diese öl mische die ich für mich eine ganze zeit lang angewendet habe ich ab wie sagt man abgelöst das muss ich wieder haben also das muss ich definitiv wieder haben weil damit komme ich gut zurecht und diese diese chile konsistenz die es ihm mega krass so also da ist wirklich also da hat sie wirklich richtig gutes produkt auf markt gebracht ich glaube das habe ich bei allen produkten gesagt aber jedes zählt für sich als top kann man wirklich sagen also wenn jemand wie ich verschiedene produkte einfach austestet ist sowas halt einfach wahnsinnig gut man wird im ersten moment vielleicht nicht so nieder unterschied sehen man sich jetzt die produkte gekauft hat und noch gar nicht irgendwie mit so hochwertigen inhaltsstoffen hantiert hat dann wird man vielleicht jetzt nicht gerade in den ersten zwei wochen was bemerken aber du wirst so ungefähr nach vier fünf wochen wirst du schon eine veränderung feststellen weil es ist halt schlicht und ergreifend wichtig dass auf deine haut aufpasst und da ist die schenya wirklich dahinter her ich werde euch alles über die schenya über inkipedia in der infobox verlinken zu allen drei produkten die ich euch heute vorgestellt habe kennt ihr sie kennt die produkte von ihr wäre es was für euch schreibt das gerne mal unten in die kommentare ich melde mich an der stelle wieder ab bedanken euch bei dir fürs einschalten gibt doch einen daumen nach oben falls man video gefallen hat ihr wisst man aber es kostenlos und wir sehen uns beim nächsten mal macht's gut tschüss